Der VfL Unifilk in blauer Spielkleidung, der VfL Unifilk in weiß-rot. Der VfL Unifilk im Bezielen Wattenschein kodifizieren sich am heutigen Tag. Der VfL Unifilk in der nächsten Woche. Der VfL Unifilk gegen den 1 zu 0 entführen. Der Ausgleich für den VfL Unifilk. Der VfL Unifilk. Die Nummer 4 für den SV Unifilk erfolgreich. Die Beiraten geniert hast zum 2 zu 1. Der VfL Unifilk. Der VfL Unifilk. Wer wird das gut? Herr Böning bitte einmal zur Turnierleitung. Der Herr Böning bitte. Der VfL Unifilk in Ranna undimalisten. Nummer 9. Gidia Dillek verkürzt für den Kauf für Lünichelder 2-0. Mit Beholung nach der Wahl, die Mannschaft in der Hälfte. 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 Vielen Dank. 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 Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.